Moin und herzlich willkommen! Ja, ich versuche heute mal, ich möchte fast sagen, ein neues Format zu etablieren. Herzlich willkommen zur Fotosprechstunde. Ich möchte einfach mal in unregelmäßigen Abständen Themen aufgreifen, außer Fotografie, die mich so die Woche über beschäftigen und mit euch mal drüber reden und vielleicht dann auch unten in den Kommentaren mit euch eine Diskussion starten. Fände ich mal eine ganz spannende Geschichte. Schreibt mir auch gerne erstmal, was ihr davon haltet. Ja, so eine Sprechstunde zu etablieren, ob ihr das mögt oder nicht. Wäre schon mal ein spannendes Feedback für mich. Geht direkt los mit einem schon recht schwierigen Thema, würde ich sagen. Und zwar beschäftigt mich momentan so ein bisschen der Foto-Blues, möchte ich sagen. Die mangelnde Motivation. Ich muss gestehen, ich habe schon seit Ewigkeiten meine Kamera nicht mehr in der Hand gehabt. Bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr raus gewesen, raus gewesen zu fotografieren. Ja, so ein kleiner Abstecher mal in die Hauptstadt, aber das war eher so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Schnappschuss, aber ja, aber auch nicht so mit dem letzten Elan da hinterher gewesen. Also, wie gesagt, kurz und knapp. Ich war schon lange nicht mehr los und mir fehlt momentan so ein bisschen die Motivation, die Kamera wieder in die Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es so, gerade jetzt in den Sommermonaten sinkt bei mir immer die Motivation oder der Willen zu fotografieren rapide ab. Das Licht gefällt mir nicht so. Es wird früh hell, es wird spät dunkel. Das heißt, so die Zeiten mit dem schönen Licht verschieben sich in die frühen Morgenstunden oder in die ganz späten Abendstunden. Und ja, das ist halt nicht so richtig was für mich. Klar, ich kann mich auch rausquälen und morgens und fotografieren gehen. Aber ja, sagen wir mal ganz ehrlich, das eigene Bett ist ja auch schon ganz nett und dann drehe ich mich auch gerne nochmal um. Das ist so ein Grund. Und der andere ist, ich habe oft so das Gefühl, wenn ich viel auf Reisen bin und ja, bin ich halt ab und zu auch mal, falle ich immer wieder in so ein Loch, wenn ich zu Hause angekommen bin. Auf Reisen ist alles spannend, alles neu. Dann hat man gerne die Kamera an die Hand. Man sieht spektakuläre Landschaften. Und wenn dann auch, man könnte natürlich sagen, ja, ich gehe direkt wieder auf Reisen, aber ich habe dann halt auch mal das Bedürfnis, das nächste Reiseziel muss noch spektakulärer, noch besser werden. Es muss noch mehr Fotomöglichkeiten geben als beim vorherigen. Und ja, auch so die Bilder an sich, habe ich immer so das Gefühl, ja, das nächste Bild muss aber jetzt nochmal einen draufsetzen, muss noch spannender sein. Das Licht muss noch besser sein. Die Umgebung muss noch spektakulärer sein. Und ja, das ist so eine Spirale, wo ich manchmal so ein bisschen Probleme habe, rauszukommen. Das ist so, ja, mein Motivationsloch oder ja, der Grund dahinter, warum ich so ein bisschen antriebslos bin momentan. Kann natürlich auch diverse andere Gründe haben. Es kann auch einfach mal die Zeit fehlen oder ja, vielleicht merkt man auch einfach, dass man so in der Entwicklung von seinen Bildern irgendwie so ein bisschen stecken bleibt und nicht weiterkommt. Oder man hat ein gewisses Ziel vor Augen, fotografisch, wie die Bilder aussehen sollen und man kommt da einfach nicht hin. Ja, die Frage ist natürlich auch immer, was möchte man mit seinen Bildern erreichen? Möchte man einfach nur selber damit zufrieden sein? Möchte man andere Menschen damit glücklich machen? Möchte man vielleicht auch Geld mit seinen Bildern verdienen? Das ist halt immer so eine, ja, ganz unterschiedliche Herangehensweise. Und dadurch halt kann halt die Motivation auch immer eine ganz andere sein. Und dementsprechend kann halt auch so ein Motivationsverlust halt auch immer, ja, ganz andere Gründe haben. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der versucht, sich immer gerne weiterzuentwickeln in der Fotografie. Und ja, ich habe tatsächlich auch so ein paar Vorbilder. Ich nenne es mal Vorbilder. Auf jeden Fall Fotografen, deren Werke mir sehr gut gefallen und wo ich sage, ja, so würde ich vielleicht auch ganz gerne mal fotografieren oder vielleicht in die Richtung gerne mal fotografieren. Aber es ist halt schwer, da ranzukommen. Ich habe mir einfach mal angewöhnt von meinen, ja, Fotografen, sage ich mal ganz einfach, denen ich nacheifere, mir die Bilder mal ganz genauer anzuschauen und nicht zu sagen, boah, das ist ein geiles Bild, das gefällt mir, sondern warum ist das Bild so geil? Warum spricht mich das an? Was funktioniert bei dem Bild, was bei meinen Bildern vielleicht nicht funktioniert? Ist es die Lichtstimmung? Das hat dann vielleicht viel mit der Tageszeit zu tun. Ist es eine ganz besondere Perspektive oder, ja, eine ganz besondere Stimmung, die transportiert wird? Warum spricht mich dieses Bild jetzt im Genauen an? Und ich versuche es halt auch so ein bisschen zu sezieren und die Sachen, die mir halt auffallen, wo ich sage, das ist genau der Punkt, weswegen mich das Bild jetzt anspricht, das so ein bisschen für mich zu übernehmen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist nur Bilder kopieren, ja, die Bildsprache von anderen Fotografen übernehmen. So weit würde ich halt nicht gehen. Ich möchte halt nicht eins zu eins ein Bild kopieren, also genau das Motiv genauso fotografieren, sondern halt einfach, ja, mich einfach so ein bisschen inspirieren lassen von anderen Fotografen. Und, aber auch selbst, wenn ihr jetzt einen Fotografen habt und sagt, so und so möchte ich gerne fotografieren, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man einfach mal so ein bisschen abguckt und, ja, vielleicht auch mal so ein bisschen nachmacht von anderen Fotografen, die einem gefallen. Macht einfach das, worauf ihr Lust habt und wenn das eure Motivation steigert, warum nicht? Kann man ruhig machen. Und wenn man ganz ehrlich ist, es ist ja schon alles irgendwie fotografiert worden auf irgendeine Art und Weise und jedes Motiv ist schon mal wahrscheinlich irgendwie abgelichtet worden. Und es ist schon sehr, sehr schwer, da wirklich eine ganz eigene, eine ganz persönliche Handschrift oder, ja, auf eine ganz bestimmte Art und Weise ein Motiv zu fotografieren. Ja, aber wie kommt man halt so generell aus so einem Fotoloch, aus so einem Fotoblues hinaus? Es gibt natürlich neben dem, was ich gerade schon angesprochen habe, verschiedene andere Möglichkeiten und ich spreche einfach mal ein paar an, die mir geholfen haben, die mir aber auch nicht geholfen haben. Oft hört man natürlich auch die Sache, ja, ich motiviere mich, was ich gerade schon gesagt habe, bei anderen Fotografen und schaue mir einfach mal schöne Bildbände an. Ich habe zum Beispiel so einen hier, einer meiner Lieblingsfotografen, Norman McCloskey aus Irland, macht ganz wunderbare Bilder, ganz wunderbare Landschaftsfotografien, die ich meine. Und das kann natürlich eine Motivation sein, zu sagen, ich schaue mir das an und lasse mich inspirieren und motiviere mich wieder mit der Kamera raus zu gehen. Klappt bei mir manchmal, klappt bei mir aber auch oft nicht, wenn ich sowas mache, weil dann wird bei mir oft nur das Verlangen noch größer, irgendwie, ja, wieder auf Reisen zu gehen und da bin ich halt oft auch wieder demotiviert, weil ich vielleicht halt gerade keine Zeit habe, auf Reisen zu gehen und doch wieder nur zu Hause bin und alles gleich ist und ich hier schon alles kenne. Genau der umgekehrte Weg kann natürlich auch helfen, sich von diesem ganzen Foto-Input, was es ja heutzutage gibt und da lege ich besonders so auf die sozialen Medien ab, sich einfach mal so ein bisschen davon distanzieren und ja, sich nicht so überfluten lassen von den, muss man schon natürlich schon sagen, von den wirklich herausragenden Bildern, die man oft auf Social Media, auf Instagram sieht, auf diversen Fotoseiten sieht, Fotokommunity etc. Das kann einen auch ein bisschen runterziehen, weil man sieht halt immer so von den anderen Fotografen meist immer nur die besten Aufnahmen und man denkt sich immer, ja, ich schaffe das nicht, ich komme da nicht hin, ich mache nicht so schöne Aufnahmen und das kann dann immer ein bisschen runterziehen. Was man bei solchen Bildern oft nicht sieht, ist halt, dass da halt auch immer sehr viel Arbeit dahinter steckt bei anderen Fotografen natürlich, dass da auch viele Versuche dahinter stecken, die nicht geklappt haben und die werden natürlich nicht gezeigt, sondern man möchte halt immer nur sein bestes Bild präsentieren. Also wenn einen das so ein bisschen runterzieht, einfach vielleicht mal ein paar, ein, zwei Tage Social Media weglassen oder vielleicht mal eine Woche weglassen und wenn man merkt, dass einem das gut tut, dass einem das gefällt, dann vielleicht einfach nochmal eine Woche dranhängen. Was mir tatsächlich ganz gut geholfen hat, ist meine Bilder einfach mal anders betrachten, so möchte ich es nennen. Und zwar sucht euch einfach mal euer Lieblingsbild aus und schaut euch das nicht auf dem Computerbildschirm an, sondern druckt das mal aus. Ich finde, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Wenn man ein Bild gedruckt sieht, sucht euch ein schönes Papier dazu aus oder einen anderen schönen Hintergrund. Man kann auch auf Leinwand drucken oder, ja, weiß nicht, auf Alulibond oder ähnliches. Aber ich finde immer gerade ein besonderes Papier, was schön mit dem Motiv, mit dem Bild harmoniert, ist schon mal was ganz besonderes. Und, ja, belohnt euch einfach für eure Fotografie. Nehmt euer Lieblingsbild, druckt es und hängt es euch an die Wand und erfreut euch einfach darüber. Es ist halt was ganz anderes, wenn man jeden Tag vielleicht an dem Bild dran vorbeiläuft, was dann im Flur hängt, was im Wohnzimmer hängt. Und ihr seht das Bild, ja, seht, wie es schön an der Wand hängt, schön mit dem Papier oder ähnlichem harmoniert, auf das es gedruckt wurde. Und, ja, freut euch einfach daran. Ich kann wirklich nur betonen, dass es eine ganz andere Geschichte ist, wenn eure Bilder gedruckt irgendwo an der Wand hängen. Was auch helfen kann, ist, sich einfach mal ein eigenes Projekt zu erstellen und, ja, einfach ein Projekt zu fotografieren. Zu sagen, ich möchte, keine Ahnung, meinen Garten fotografieren oder ich möchte alltägliche Dinge in meiner Heimatstadt fotografieren. Oder irgend sowas in der Art, dass man einfach hat, man hat ein Ziel vor Augen, was man fotografieren möchte, setzt sich ein Projekt und sagt, ich möchte sieben Tage lang das und das fotografieren. Und dann einfach mit diesem Projekt im Kopf oder mit dieser Vorstellung halt einfach rausgehen und dieses Projekt umsetzen. Es soll natürlich nicht irgendwas sein. Es sollte schon irgendwie, ja, ihr müsst natürlich Lust darauf haben, gar keine Frage. Aber sich einfach mal ein Ziel setzen, ein Projekt formulieren und das einfach mal, ich sag's mal, abarbeiten. Was mir auch immer wieder hilft, ist, sich einfach mit anderen Gleichgesinnten, mit anderen Fotografen einfach mal zu connecten, sich mit den anderen Fotografen auszutauschen. Da kann ich nur empfehlen, habe ich, glaube ich, auch in einem meiner anderen Videos schon mal gesagt, sucht euch einen lokalen Fotoclub, wo ihr mal hingeht, wo ihr euch mit anderen Leuten austauschen könnt. Ist immer nochmal was ganz anderes, als wenn man zum Beispiel nur über Social Media irgendwelche Likes oder Kommentare austauscht. Und ich finde es halt viel spannender, wenn man wirklich live vor Ort mit anderen Fotografen, mit anderen Gleichgesinnten mal ins Gespräch kommt. Und ich finde, dadurch kann man halt auch ganz viel neuen Input erfahren und halt auch einfach mal, ja, die Möglichkeit haben, gemeinsam mit anderen Fotografen loszugehen und zu fotografieren. Auch das kann sehr motivierend sein und man kriegt halt einfach mal so einen, ja, so einen Anstoß, so einen Schubs, halt zu sagen, ach komm, komm nochmal mit, wir gehen zusammen fotografieren. Und machen vielleicht auch mal was ganz anderes, wo man, ja, eigentlich nicht so bewandert drin ist, sondern einfach mal, ja, raus aus der Komfortzone kommt und neue Sachen ausprobiert. Und was natürlich auch helfen kann, ist, ja, fotografiert einfach nicht mehr eine Zeit lang. Auch das kann hilfreich sein. Macht irgendwas anderes. Geht euren anderen Hobbys nach. Geht wandern, geht klettern, geht Radfahren, keine Ahnung. Macht was mit eurer Familie, mit euren Haustieren, was auch immer. Und habt einfach Spaß und versucht einfach mal, den Kopf freizubekommen und die Kamera einfach mal liegen zu lassen. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwer, weil es hat ja auch viel gekostet und dann liegt das Ding nur in der Ecke rum. Aber vielleicht ist es auch einfach mal ganz gut, ein paar Wochen nicht zu fotografieren und sich einfach mit anderen Dingen zu beschäftigen. Oft kommt dann halt die Motivation von ganz alleine wieder zurück. Oder man holt sich Inspiration aus anderen Hobbys, aus anderen Beschäftigungen und hat dann einfach mal wieder Lust, die Kamera in die Hand zu nehmen. Das sind so ein paar Dinge, die mir, ja, oft helfen, manchmal auch nicht helfen. Das ist immer so ein bisschen situationsabhängig. Aber vielleicht war es für euch mal so ein kleiner Denkanstoß. Wie komme ich aus meinem, ja, aus meinem Loch wieder heraus und habe wieder mehr Motivation zu fotografieren. Das sind natürlich so die Sachen, die mir helfen. Jetzt ist es natürlich spannend zu wissen, was euch hilft. Dafür gerne mal unten was in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, wenn so eine Art Diskussion losgetreten wird, wenn jeder mal so ein bisschen Input gibt und sagt, was einem persönlich hilft. Und vielleicht kann der eine oder andere dann halt daraus wieder was rausziehen. Ich denke, egal was man macht, um wieder die Motivation zu steigern, es sollten halt immer realistische Ziele gesetzt werden. Nicht irgendwie Ziele, die man eh nicht erreichen kann oder nur schwer erreichen kann. Dann geschieht wahrscheinlich eher das Gegenteil. Von daher setzt euch realistische Ziele und dann kommt man auch immer wieder aus dem Loch hinaus, denke ich. Okay, ja, das war es mit meiner ersten Sprechstunde. Wie gesagt, gerne mal eure Motivationstipps in die Kommentare schreiben. Auch gerne mal schreiben, wie euch dieses Format gefallen hat. Und ja, ich hoffe, es entwickelt sich so eine kleine Diskussion, ein kleiner Austausch unten in den Kommentaren. Und ich hoffe einfach, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, bis dahin. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!